Moin und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Ich hoffe, ihr habt alle mein RTX 4070 Ti Review gesehen. Das ist eine sehr umstrittene Grafikkarte, gar nicht mal wegen der Karte selbst, sondern eher mal wieder wegen der Preisgestaltung. Das ist zumindest so das Hauptding, was da im Raum steht. Und mir ist unter dem Video aufgefallen, dass hier und da noch so ein paar Fragen offen sind oder Unklarheiten vorhanden sind. Und deswegen habe ich bei Instagram eine kleine Umfrage gemacht, da kam auch einiges rein. Und somit stehen wir jetzt hier und machen doch mal so ein kleines 4070 Ti Q&A. Da auf dem Testbench ist die Gigabyte RTX 4070 Ti Gaming OC 12G, so ist der Name. Und das Ding werden wir stellvertretend für diese Karte jetzt eben verwenden. Da läuft ein bisschen Timespy, damit sich da ein bisschen was tut. Vollkommen irrelevant erstmal. Und ja, ich würde sagen, wir fangen direkt an. Nach dem Intro und einem kurzen Spot geht's los. Viel Spaß dabei! Das heutige Video wurde von Thermal Grizzly und der Kryonaut Extreme Wärmeleitpaste unterstützt. Sie bietet eine maximale Wärmeleitfähigkeit, ist besonders langlebig und neben Extreme Overclocking auch bestens für Luft- und Wasserkühlungen geeignet. Mehr Infos gibt es über den Link in der Videobeschreibung. Kommen wir direkt zur ersten Frage und die lautet, kann ich die haben? Nein, ist nämlich auch gar nicht meine. Weiter geht's mit der nächsten Frage. Die lautet, kann ich die vielleicht haben? Nein, auch nicht. Ist nicht meine Grafikkarte. So, weiter geht es. Keine Frage. Okay. Aber tauscht doch einfach mit mir gegen meine 3070Ti. Nein, auch das nicht. Wäre ein dämlicher Tausch und ist halt auch nicht meine Karte. Ja, das war's. Spaß beiseite, aber gefühlt ein Drittel bei solchen Umfragen geht immer in so eine Richtung. Nur damit ihr da mal einen kleinen Eindruck bekommt. Wir fangen jetzt hier mit der ersten richtigen Frage an. Die kommt von Job-1909 und lautet, sind die Aufpreise der teuren Karten, 1070 Euro schreibt er hier, zu den UVP-Karten gerechtfertigt? Ich würde sagen, nein. Und ich würde euch auch davon abraten, so teure Grafikkarten zu kaufen. Generell ist das alles viel zu teuer, da brauchen wir nicht drüber reden. Aber wenn ihr jetzt halt sagt, okay, ich will jetzt eine neue Grafikkarte, ich will so eine 4070Ti haben, auch vielleicht mangels Alternativen, sprechen wir gleich noch kurz drüber, dann würde ich euch nicht empfehlen, deutlich mehr als die UVP auszugeben. Ist ja erstmal klar. Zu Release gab es einige Karten zu UVP, auch relativ lange. Kann man jetzt sagen, okay, wurde vielleicht wenig verkauft, weiß ich nicht, ich habe keine Ahnung bezüglich der Stückzahlen. Fakt ist, dass inzwischen die Karten so ein bisschen teurer geworden sind. Ich weiß nicht, ob man aktuell noch eine für 899 bekommt, aber ich würde sagen, mehr als 950, 970 aller, allerhöchstens, würde ich definitiv nicht für diese Karte ausgeben. Da würde ich lieber dann noch etwas warten und ja, deutlich über 1000 Euro würde ich sowieso dementsprechend nie dafür bezahlen. Es ist ja so, dass diese Kühler alle ziemlich überdimensioniert sind. Werden wir gleich bei dem auch nochmal sehen und dementsprechend ist es also nicht der Fall, dass so eine Karte für 899 Euro zum Beispiel einen total lauten, schlechten Kühler hat und eine für 1050 Euro, was auch immer, bedeutend besser, bedeutend leiser ist. Das spielt sich alles in einem relativ ähnlichen Bereich ab und deswegen würde ich euch also von diesen super teuren Karten da einfach abraten. Wartet einfach noch ein bisschen. Ich denke, es wird auf jeden Fall unter die UVP fallen. Nicht dramatisch viel, aber zumindest ein Stück. Der erste Shop hat ja auch schon direkt einen ordentlichen Rabatt rausgeknallt und zwar von bisher 9999 Euro auf 899. Also ganz entspannt 91% gespart oder auch 9100 Euro. Ja, das kann sich doch auf jeden Fall schon mal sehen lassen. Ist natürlich Quatsch, fand ich aber ganz lustig. Kommen wir zur nächsten Frage und zwar von Robert, wer sonst würde gerne mal wissen, ob und bei welchen Customs ein 700 Watt Netzteil ausreicht. Mit Customs meint er natürlich die verschiedenen Modelle dieser Karte und da kann man eigentlich sagen für alle. Ich glaube, die offizielle Angabe von Nvidia beziehungsweise den entsprechenden Bordpartnern ist 650 Watt. Also da sieht man es ja auch schon und wir haben ja auch im Review gesehen, die Karte hat eine TGP von 285 Watt, aber in Realität ist man deutlich darunter. Eher so bei 230 bis 250 Watt und dementsprechend ist ein 650 Watt oder 700 Watt Netzteil so diese Richtung vollkommen in Ordnung. Da braucht man sich keine Sorgen machen. Tino K08 fragt, warum bringt Nvidia auf einmal direkt die 4070 Ti und nicht erst die 4070? Ist auf jeden Fall eine berechtigte Frage. Normalerweise kommen die Ti-Modelle ja immer später als dann eben die entsprechenden Non-Ti-Varianten. Das liegt hier natürlich einfach daran, dass diese Karte gar keine 4070 Ti sein sollte, sondern eine 4080. Es wurden ja ganz zu Beginn zwei verschiedene RTX 4080 Modelle angekündigt, einmal mit 12 GB VRAM und einmal mit 16 GB VRAM. Und dann gab es da so ein bisschen Kritik aus der Community, absolut berechtigterweise. Es ist nämlich nicht so, dass diese beiden Karten sehr nah beieinander sind und nur etwas, also die kleinere etwas weniger Videospiecher hat, die 12 GB, sondern sie hat auch deutlich weniger Leistung. Sie hat ein bedeutend kleineres Speicherinterface und somit gibt es da doch schon erhebliche Unterschiede. Und zu suggerieren über den Namen, dass diese Karten eigentlich gleich sind, dass es beides eine 4080 ist und dann eben nur die Zahl hinten sich ändert. 12 GB Videospiecher, 16 GB Videospiecher, ja mein Gott. Aber wie gesagt, Performance komplett anders, beim Speicherinterface recht große Unterschiede. Und deswegen wurde das Ganze dann auf eine 4070 Ti degradiert sozusagen. Finde ich auf jeden Fall vollkommen richtig, diese Karte hat mit einer 4080 relativ wenig zu tun. Daran angekündigt noch die Frage von 16-Yannik-03. Perfekte Namen wieder. Warum gibt es keine Faunas Edition von der 4070 Ti? Ich vermute mal, dass das eben auch mit diesem relativ spontanen Modellwechsel, Namenswechsel und so weiter zu tun hat. Dass vielleicht vorher eine Faunas Edition geplant war, aber ja, das aufgrund der 4070 Ti. Da kann man halt auch jetzt nicht wieder einen 4080 Kühler draufschrauben, der ja auch schon der 4090 Kühler war bei der Faunas Edition. Und deswegen hat man wahrscheinlich sich gedacht, okay, bei der 4070 Ti sparen wir uns das. Ich bin mir relativ sicher, dass bei der bald irgendwann kommenden RTX 4070 wieder eine Faunas Edition am Start sein wird. Die nächste Frage kommt von JN-25-0805. Ist es ärgerlich, wenn man sich zuletzt eine 3090 gekauft hat, ist ja ein ähnlicher Preisbereich. Da würde ich sagen, ja und nein. Also generell, ich kann es vollkommen verstehen. Man hat sich da was Neues gekauft, was Teures gekauft. Und dann kommt halt ein Nachfolger raus, ja, den man irgendwie vielleicht nicht erwartet hat, weil man nicht so in der Szene drin ist. Das ist immer irgendwie ein doofes Gefühl. Trotzdem wird eure Grafikkarte, euer Produkt ja dadurch nicht schlechter. Das ist immer noch genau die gleiche Karte, die ihr ja wahrscheinlich dann in dem Moment schon nutzt, wo ihr Spaß dran habt. Und dementsprechend würde ich mich da nicht zu viel ärgern. 3090 und 3090 Ti haben im Endeffekt nur das eine Problem. Sie verbrauchen sehr, sehr viel Strom. Aber ihr habt halt 24 GB VRAM, größeres Speicherinterface und so weiter. Also es ist ja jetzt nicht so, dass diese Karte hier alles in den Boden stampft, in diese Richtung. Eine 3090 ein bisschen, also hat die 4070 Ti ein bisschen mehr Leistung. Aber eine 3090 Ti liegt ja ungefähr auf dem gleichen Niveau. Und dementsprechend, ja, ärgert euch da nicht zu viel. Ihr habt die Karte, es lohnt sich jetzt nicht, die zu verkaufen und was anderes wieder zu kaufen. Das ist meiner Meinung nach Quatsch. Aber wenn ihr natürlich jetzt was Neues anschafft, dann, ich weiß jetzt nicht, was die 3090 in einer Sekunde kostet, aber bei der 3090 Ti muss man ganz klar sagen, definitiv lieber zu dieser Karte greifen. Weil ich glaube, eine 3090 Ti kostet 1300 Euro plus. Das macht gar keinen Sinn für Gaming. Da seid ihr hier auf jeden Fall besser aufgehoben oder zur Not sogar bei einer 4080. Alternativ natürlich auch mal eine 7900 XT anschauen. Das sind da so die Möglichkeiten. D99 BR möchte wissen, was die beste CPU in Kombi mit der 4070 Ti wäre, nur für Gaming. Beste ist natürlich immer so eine Auslegungssache. Also wenn wir jetzt den Preis mal komplett ausklammern, dann wäre das natürlich ein 13900K oder ein 7950X. Bald im Februar kommen die X3D-Modelle bei AMD. Das wird super interessant. Drei verschiedene werden erstmal kommen und es ist auch ein 7950X 3D mit einem unfassbar großen Cache und trotzdem ziemlich guten Taktraten und so weiter dabei. Also das wird ganz, ganz spannend. Aber das sind natürlich sehr teure CPUs, die definitiv nicht nötig sind, um so eine Karte zu betreiben. Letztendlich ist es eigentlich so, dass ihr mit den aktuellen CPUs, sowohl bei Intel als auch bei AMD, mit nahezu jedem Prozessor, mit nahezu jedem Modell diese Karte betreiben könnt. Ihr werdet vermutlich mit der 4070 Ti ja mindestens in WQHD spielen und eher weniger in Full HD. Und somit, da reicht ein i5 vollkommen aus. Da kann man auch mit einem Ryzen 5 sehr gut arbeiten. Von mir aus auch einen 5800X 3D aus der letzten Generation. Das sind alles Möglichkeiten, die man da wunderbar nutzen kann. Bei ein paar Fragen ging es nochmal um die Leistung der Karte, wobei ich das ja eigentlich auch schon in meinem Review beantwortet habe. BE.Bend46 möchte wissen, ist die 4070 Ti besser als die 3090 Ti für QHD mit Ultra-Settings und Raytracing? Und da generell, also in meinem Review, ich verlinke euch das nochmal da oben, da habe ich ein paar WQHD Benchmarks, ein paar UHD Benchmarks und auch so ein bisschen was mit Raytracing und DLSS drin gehabt. Da könnt ihr also sehr gerne nochmal vorbeischauen und ja, hier gibt es eine ganz kurze Antwort. Ja, die 4070 Ti ist in WQHD etwas besser als die 3090 Ti und auch was die Raytracing-Performance, vor allem natürlich mit DLSS, insbesondere 3.0, was die 3090 Ti nun mal nicht hat, da ist die 4070 Ti auf jeden Fall ein Stück vorne. Martin Norden hat eine ganz interessante Frage und zwar, wie groß der Leistungsverlust in FPS ist, wenn man die Karte auf einer PCI Express 3.0-Plattform betreibt und ich würde sagen, das probieren wir doch einfach mal kurz aus. Ihr könnt hier bei GPU-Z sehen, dass die Karte zwar eigentlich PCI Express 4.0 mit 16 Lanes unterstützt, aber dass sie jetzt hier aktuell mit PCI Express 3.0 und 16 Lanes läuft und da habe ich dann natürlich direkt mal einen Benchmark gemacht und war sehr überrascht. Ich hätte nämlich gedacht, dass hier eine Menge Leistung liegen bleibt, das ist aber gar nicht mal der Fall. Wir haben hier bei Shadow of the Tomb Raider in Ultra HD zum Beispiel eine Differenz von nur 2 FPS, also super wenig und auch bei 3D Mark Timespy ist das Ergebnis nur minimal schlechter. Wie gesagt, ich hatte da auf jeden Fall mit mehr gerechnet, das ist echt nicht viel. Mein einziger Referenzpunkt ist im Grunde das Video von Roman, der hatte ja eine 4090, die auf einmal nur noch mit 8 Lanes angebunden war und PCI Express 4.0 mit 8 Lanes ist ungefähr vergleichbar mit PCI Express 3.0 bei 16 Lanes, weil pro Generation die Bandbreite im Grunde verdoppelt wird. Und ja, bei der 4090, ich müsste lügen, ich glaube da waren bei Timespy irgendwie 2000 Punkte Unterschied oder so, also schon eine erhebliche Auswirkung, aber in meinem kurzen Check hier mit der 4070 Ti bleibt da nicht viel liegen. Und dann wurde noch extrem häufig nach Undervolting und Overclocking gefragt, was wir natürlich hier mit der 4070 Ti Gaming OC 12G einfach mal ausprobieren. Kleiner Funfact mit dieser ganzen Namensgebung immer. Selbst Gigabyte hatte einen Fehler, ich glaube es war bei der Aorus Master auf der CES, da stand nämlich dann einfach ein 24G auf dem Schild drauf. Ich blende euch das Ganze hier mal ein, hat mir ein Kollege geschickt. Und ja, entweder war es ein Leak und es kommt noch eine 4070 Ti 24G, glaube ich jetzt eigentlich weniger, oder man hat halt einfach einen Fehler gemacht und das irgendwie nicht gerafft. So, ist auch egal, wir gucken jetzt mal, was hier mit Undervolting und Overclocking so abgeht. Erstmal kurz zur Ausgangssituation. Der Kühler der Grafikkarte macht auf jeden Fall einen guten Job. Wir haben etwas weniger als 66 Grad auf der GPU, 70 Grad beim Speicher und 76,5 Grad Hotspot-Temperatur. 1470 RPM waren das Maximum. Das ist wahrnehmbar, aber absolut nicht störend, also vollkommen in Ordnung. Wir hatten jetzt hier während des Benchmark-Runs maximal 270 Watt Leistungsaufnahme und einen Takt von 2865 MHz, wobei im Spiel eigentlich immer so 2850 MHz Anlagen. Bei Shadow of the Tomb Raider in Ultra HD kommt damit im Durchschnitt 104 FPS und mindestens 88 Bilder pro Sekunde zustande. Daraufhin habe ich die Karte übertaktet und konnte plus 140 MHz auf der GPU und plus 750 MHz beim Speicher rausholen. Das ist ordentlich und damit kommen wir tatsächlich auf einen GPU-Boost-Takt von bis zu 3000 MHz bzw. halt 3 GHz. Die Leistungsaufnahme steigt durchschnittlich so um 15 bis 20 Watt, das ist also echt nicht die Welt. Und auch die Temperaturen und die Lüfterdrehzahl verändert sich quasi gar nicht, das ist nahezu identisch. Und wir haben 110 FPS im Durchschnitt und 92 FPS Minimum, das ist eine Verbesserung von ungefähr 6%. Beim Undervolting habe ich eine ganze Weile rumprobiert und bin auch zu einem sehr guten Ergebnis gekommen, aber da muss man ganz klar sagen, mit etwas mehr Zeit geht da auch noch mehr. Trotzdem, wir haben hier nur einen einzigen FPS verloren, das heißt wir haben jetzt 103 FPS im Schnitt und 87 Minimum. Aber statt vorher 268 Watt haben wir jetzt hier nur noch 203 Watt, das ist also ein erheblicher Unterschied und auch im Durchschnitt ist man da immer so locker 40 bis 50 Watt, teilweise mehr unter den Werkseinstellungen. Das kann sich definitiv sehen lassen, die sonstigen Werte haben sich nicht viel verändert, also die Lüfter drehen minimal langsamer, die Temperaturen sind nahezu gleich, interessanterweise. Also ich hätte gedacht, dass da auch zumindest noch so 2, 3, 4 Grad gehen. Beim Hotspot sind wir ein bisschen kühler, aber ansonsten ist das alles sehr vergleichbar. Und wie gesagt, ein FPS, ich glaube nicht, dass man sich über den streiten muss. Damit sind wir nun am Ende des Videos angekommen und ich hoffe natürlich, dass es euch gefallen hat und dass ich die Fragen eben gut beantworten konnte. Wenn noch irgendwas offen ist, dann schreibt es einfach unten in die Kommentare, schaue ich mir gerne an und gehe dann entsprechend darauf ein. Was ich nochmal ganz kurz betonen möchte, ich spreche es eigentlich immer an, aber trotzdem werde ich da teilweise missverstanden, nur weil ich sage, dass das zum Beispiel eine gute, performante Karte ist, die sehr effizient arbeitet und so weiter, die einen guten Kühler hat. Heißt das nicht, dass ich den Preis in Ordnung finde. Ich sage es jedes Mal wieder, diese Karten sind alle viel zu teuer. Es sind hier diese 899 Euro, die sind nicht gerechtfertigt. Und auch eine 4080 für 1300, keine Ahnung was, ist nicht gerechtfertigt. Das möchte ich nochmal ganz klar betonen. Denn das sind gute Karten. Es gibt wenige Kritikpunkte, bei der schon eher bei einer 4080 oder so oder einer 4090, da kann man super wenig meckern, außer an dem Preis und das natürlich ganz massiv. Das wollte ich nur nochmal klarstellen und ja, das war es dann. Ich freue mich auf euer Feedback, lasst gerne einen Daumen, ein Abo, die Glocke, was auch immer da. Oder aktiviert die Glocke so. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut Leute, bis dahin, ciao.